Und die Dortmunder gehen noch auf die andere Seite rüber, um die eigenen Fans noch einmal zu begrüßen. Ja, die pushen noch einmal richtig, auch sich selbst noch einmal ein bisschen zu motivieren, auch die Choreografie der Dortmund-Fans ja auch wirklich sehenswert. Jetzt freuen wir uns, wenn es dann wirklich losgeht. Was wurde alles geredet, berichtet vor dieser Partie? Jetzt geht es endlich los. In Kürze rollt der Ball, in Kürze gibt es die Wahrheit. Und den ersten Ballkontakt. Riasson. Österreicher mit der Reingabe Richtung. Und dann im Halbfinale. Hellwacher giert hat. Bellingheim wollte da Richtung. Jena Nacho. Direkt auch. Riasson bringt die Reds zur Verzweiflung geklappt. Kopf nach einer Brandecke. Brand die erste Riesenchance für den BVB. Das Ganze in der 14. Minute. Das war die erste konkrete Torgelegenheit. Superball von Schlotterbeck auf Füllguck. Das hat... ...Pizza auf Sancho. Hummels auch in den letzten Team. Junior gegen Riasson. Erster Torabschluss des weißen Balletts. Allerdings keine... ...Pizza auf Sancho. Dieser Aura. Real-Kavajal. Bellingheim. Zeigt Julian Brandt. Julian Brandt. Teamspieler Riasson. Vinicius Junior. Welchen Stempel er denn auch aufgibt. Er ist einer der größten... ...Gauer auf Sancho. Vinicius Junior. Der Wicke des Spitz. Und es geht Ecke. Es wäre... ...auch hier auf den ersten Blick... ...kein Abseits gewesen. Thibaut Kurt war... ...gut, dass er zwei Meter ist. Gut eingelaufen von Adeyemi. Kameral zu spät raus. Gut, hat er auch guten Blick auf die Szene. Adeyemi! In der Strafraumbesetzung. Mal das basi-ianische Duett überlegt. Der macht da... ...Zinn. Zwei. Vinicius Junior. Foul gegen Kobel. Und da holt er sich jetzt mal... ...nicht nur eine Ermahnung von Schlotterberg ab, sondern auch... ...laufig von Kavajal. Ball. Riasson. Klasse gemacht! Julian Brandt. Adeyemi gegen Mendi. Nicht gut zu Ende gespielt. Rüdiger... ...Adeyemi... ...Fülkruc! Diesmal machen sie sie im Duett um wieder. Oh, denn was kriegen sie ausrichten? Und da kommen sie mit die... ...wir sehen die nächsten Flitzer. Aber diesmal hat er gleich... ...1, 2, 3, 4, 5 Ordner an der Backe. Und das nochmal Flüglas Fülkruc. Oh, PSG. Dann ist der Reicher, der ist gut! Thibaut Krupper. Nächste Chance. Aber Borussia Dortmund. Glock. Jürger. Glock. Guck, das ist faul, ich würd' ich sag fährlich werden, Hummels, Gretzschel, Faust, abklatschen, bei der S, da haben wir's, so ist gut beim BVP, Standard ins Glück, jemals, für Guck, Hummels, Chance, Adeyemi, wieder sucht der Hummels, starker Laufweg von Riasson, Besitzphasen, die immer wieder auch wichtig sind gegen den Ball, so gut wie man, kurze Variante, Marzen, Elke Kroos, Karachal, Kroos, und Kugel, auch mal ein Ball, Schlotterbeck, der eine zu viel für Regen, Vigo, da ist Karachal, und da sind noch, Karachal, gab's da was, Spiel läuft erstmal weiter, Assistenz, und auch hier hat verloren ein Finale, der weiß nicht, Ballbesitzanteil in der zweiten, der Ballmarkt, Schlotterbeck, Vorsicht, Sie hoffen, Sie sich immer noch, Niklas Füllkrug, erster gefährlicher, das Begegnung sehr diszipliniert, es ist ein Finale und es ist, Liediger, Nürn, aber durch den Ball, Junior, Bellingham! Alle, von Bayern, Ball! To Bellingham! Punkt vier, vielleicht auch nochmal einen Impuls zu setzen. Rommels, Renns Hancho bei Werde, Jemi mit, Schmidt, Berdmark, Anete, Kroos, Kavachal! Dani Kavachal! DieKO Ich bin gut, Schritt auf die Kette. hearted. Jetzt dann doch all Glück für die Borussia! Winnie Junior, Winnie Junior, 12-0 Real, eiskalt. Ian Marzen bringt mit seinem Fehlpass Winnie Junior dann doch zum Lachen. Florian. What? You want me to see? You want me to give you money back to me? You want me to give me money back to you? You want me to give me money? You can't buy me back to you. What's wrong? You should have taken the car. Nothing, you can't. Oh, man. Ja, Mann! Ich gebe dir keine Eide. Was, was ich? Man kann es dir. Ich gebe dir das. Ich gebe dir was. Nein. Ich gebe dir das was. Nein, das was ich. Nein, ich gebe dir that. Ich gebe dir das, was ich? Ja, ich gebe dir das. Oh, Mann! Oh, Mann!